Nimm doch den scheiß Flammenwerfer, ey, meine Fresse. Ich überlege jetzt aber gerade, ich überlege jetzt gerade, okay. Er überlegt, er überlegt, er überlegt. Ja, pass auf, ich nehme ihn hier. Ich pass auf, hm. Mann, nee, so. Wäre natürlich cool, wenn man Beta echt Flammenwerfer geben könnte und dadurch, dass er ja keine Munition nachsammeln muss, könnte er dauerfeuer machen. Hm. Aber das ist die Frage, er muss ja nicht nachladen? Na, nachladen an sich schon, aber keine Munition aufsammeln. Aber ja, kannst du ja nicht, ne? Nö, ich wüsste nicht wie. Das ist halt blöd. Warte mal. Ja, können wir oder was? Tö, ich warte die andere Zeit auf dich. Ach, was? Ja. Ich habe doch kein Signal da oben. Wie kein Signal? Ich kann mich drücken. Nee, ich habe ja auch noch nicht eingeladen. Ja, warte ich doch drauf. Der, du hast ja jetzt gesagt, ich sage, warte, 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 warte. Wie hast du jetzt genommen? Ja, immer noch. Ah, okay. Mal sehen. Mal sehen. Hey, hey. Hey, du bist ein Fug. Obwohl, vorhin haben wir da Türme aufgestellt, ne? Und jetzt... Jetzt haben wir noch keine, ja. Haben wir... Ne, hast du auch, wir achten, die Credits verliert man jedes Mal, ne? Weil jeder müsste, ne? Jo. Also, also, deine, deine Dings müssen so langsam sein, also ich warte ja immer noch. Ich warte. Ja, weil meiner hat bei dir schon den Bildschirm aufgebaut. Hm, genau. Wie kann man einfach... Ist ja ne Rufballer... Ja, aber ja. Wir müssen ja zwei wählen tun. So, dann los, dann Feuer frei. Was ist denn eigentlich für ein Bonus, sag mal hier. Ich hab jetzt 15% Bonus, hast du ja so? Auf was? Ja, weiß nicht. Hier steht einfach nur Bonus. Ne, das steht nur hinter deinem Namen. Belagerungsschaden. Was hab ich denn jetzt hier genommen, ey? Hm. Was war das denn? Ja, irgendein... Irgendein Laser-Strahl hab ich. Scheiße, da haben wir Granatwerfer, aber irgendwie doch besser gefallen. Hä? Hä? Was? Oh, ich hab tägliche Gelegenheit abgeschlossen. Na, die vorhin auch schon. Hm, vorhin, na klar. Ja, ohne Schein. Ja. 5-mal hat es mir rausgetötet. Warum hast du das nicht gesagt, hm? Ich wollte dich dann mit jetzt nicht irgendwie... Ja, ja, ja. Wahrscheinlich hast du das gerade nach mir gekriegt. Ich wusste ja nicht, wann du das irgendwann schaffst, mich das zu sagen. Ich hab ja schon 500, die töten, ich hab grad mal zwei. Ja, man. Ey, bist du ein Spinner, ey, Junge. Das ist echt ein Traum. Das stimmt, das ist es. Äh, du nicht. Ein Albtraum, vielleicht. So. Was machst du nur da unten, Junge? Der geht schon mal vor und tötet alle. Ach, hö, uff. Oh, kommt nicht mal einer. Ja, die sind hier unten und werden von Beta plattgemacht. Eifer. Oh, ein Großer, wa? Nee. Doch, hat er irgendwas schon in die Tür? Siehst du was Oranges auf der Karte hier? Nee. Ach so. Oh, ihr kannst nichts sehen, wenn du da langdollst. Du kannst nichts sehen durch das Ding. Ogen, uff. Nee, weil das alles... Oh. Ich kann dir mal einen Tipp geben, vielleicht würdest du dir eine coole Sonnenbrille von deinem Arztbesuch mal wieder aufsetzen. Das wär's, das hat die Ani gemacht. Hahaha. Ja, klar. Hahaha. Hat der eigentlich längere Wirkung? Ich hab'n längeren, ja. Also, ich hab irgendwie was ausgewählt, ähm, dass es ne 25-prozentige Chance gibt, dass so'n kleines Feuer dann danach entsteht. Aha. Aha. Ja, was soll ich denn dazu sagen? Oh, geiler Typ, zum Beispiel. Äh, auch doch nur, wenn's angebracht wird, ja. Haha. Es ist jeden Tag angebracht. Ah, ja. Ist ja voll kacke, die Waffe. Hier, voll kacke. Äh, heul doch. Oh, fuck, das war schlau. Was hast du gemacht? Nichts. Was hast du gemacht? Nichts. Ich krieg bloß wieder blöde Kommentare ab hier. Da ist bestimmt ne Tonnenluftjagd neben dir. Nein. Also, ja. Cool. Hier ist ein Gru... Ne, ist er doch nicht. Also, so schlecht wie du schon wieder spielst, glaube ich nicht, dass wir es schaffen. Sie, ich, oder was? Mir geht's gut, oder? Mir geht's gut, oder? Und dir? Du bist ja nicht mehr medikiert auf Tasche. Ne. Wann nicht mal ernst. Wo ist denn da vorne? Ja, links von der Treppe. Da. Neben Alpha. Nach da. Dann können wir nachher einen Turm aufbauen, wa? Ne, der dauert ja noch ein bisschen. Kostet der eigentlich mal gleich viel, oder? Ich denke, ja. 3,50, ja. Ich will den... Ich will den Müllkippen auch um den Scheiß. Ich will den Müllkippen auch um den Scheiß. Jetzt kommen wir wieder der Grünen. jetzt kommt ein großer muss hier unten irgendwo sein jetzt kommt er ich sehe ihn noch nicht ich sehe es hier nur flammen gerade du siehst doch seinen namen siehst du dann sind alles nur nur flamme ich bin da jetzt schon ja jetzt schon was machst du da danke alpha du bist immer still und machst einfach den job ja weil ich alle ablenke ach hör doch auf zu labern junge ist so wieso gibt es nicht noch mehr wie alpha stattdessen so ein freak wie professor saw ja medikett geholt das ist aber schön dass das gemacht hast tolle leistung ja das ist natürlich auch sehr gut fünfte welle und wir haben jetzt schon kaum eine chance da hast du recht ich bin ja im prinzip auch noch neuling in dem spiel und du hast ja schon zig stunden ja sonst versenkt aber ja auch bei viel weniger versuchen als als du vorher weißt du hast ja damit damit hast du deinen charakter halt schon so übelst nicht aufgepusht ihr habt wie sieht schon aus wie aufgepusht ich bin down schon wieder wir sind beide down ihr seid ein paar wo seid ihr denn ist bitter jetzt kommt der große jetzt musst du es richten und da verfolgt mich hier gerade die ganze zeit ich komme nicht weg aber es ist auch noch alle hier scheiße wo bist du ich bin jetzt ich lebe wieder achso Alpha hat mir helfen ja aber ich habe alles abgelenkt habe was hehehehe haben wir die schafft die Welle oder was ne da ist noch einer einer ist doch keiner ach schön ich glaube wir schaffen das nicht ich kaufe mal ein geschütz hier ja ich auch jetzt kommt gleich ein großer vor dir ja jetzt kommt noch ein zweiter großer ich bin schon wieder down ich bin immer noch oder was ja Alpha ist auch weg jo ey komm wir sind ein anderes Spiel ach ja ja du kriegst ja nie Belohnung ey das ist immer nur ich lese dir immer nur keine Belohnung keine Belohnung ja das ist ein bisschen blöde ja das stimmt weißt du das macht er dann irgendwie auch den den Anreiz kaputt wenn du immer nur weißt du kriegst nicht das ist doch blöde ey das ist doch blöde machst du hier nur dafür Röscher der Dicke schläft hier neben mir der wandert gerade im Schlaf der jagt gerade Schnitze und der weißt du schon wieder